Einfach weiter, 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 weiter. Ja, so schnell wie es geht. Model, Model. Kann ich auch nehmen. Die anderen beiden stehen noch hinten. Ah, da kommt sie schon. Aber sie rennt jetzt schon hinterher schneller. Wollang? Okay, runter. Ja, ne? Lautscht. Da liegt schon ein Scheiß aus. Diese Scheiß-Sumpflinge. Genius, Alter, wo seid ihr? Ja, hier hinten. Pass doch mal auf. Die Scheiß-Sumpflinge haben wir näher. Wo kommt er? Was denn? Bitch. Ja, aber wo? Ist da wieder ein... Keine Ahnung. Einfach weiterlaufen. Ich hab auf dem Lippe schon. Boah, Rochelle, halt dich doch nicht da unten auf. Ach ja. Safe? Boom, schon wieder? Ja. Geht ja schnell jetzt. Und ich hab die nächste Knarre gefunden, ich nehme. Oh, was? Achso, wir sind schon wieder alle drinne. Scheiße, ja! Meine Güte. Wie schnell? Mhm. Oh, der Witz. Oh, komm. Ach ja. Wie geil. Wir raschen gerade eigentlich viel zu schnell durch. Ups. Das hätt schon wieder gemacht. Hm. Siehst du gleich. Kann nix Gutes sein. Ne, ein Bildschirm meine ich. Meinst du, Superkill? Naja, geht, ne? Naja, vier. Ja, Nahkampf, wow. Hab meins ja auch nicht vorher gezählt, hat er beziehungsweise nicht angezeigt. Ich werd mir erst mal heilen hier. Ich hab mich geheilt und ein neues Medipack genommen. Ja, nimm du ruhig ein Medipack und ich bleib bei... Ich hab mich geheilt und ich hab mir ein neues Medipack genommen. Du weißt. Und Rochelle, die dumme Kurt, hat auf mich geschossen. Was soll'n das werden? Das wird'n wir erreichen. Selber Schulzrutsche. Wo ist er? Mach Tür offen und weiter geht's. In dem gleichen Modus. Es ist hell. Und jetzt einfach wieder durchrennen. Lade nach. Ja. Ich bin auch gut, anstatt vor noch nachzuladen. Nö, wieso nicht? Lade nach. Ich wechsle jetzt schon mal die Waffe. Wenn er eben noch in Häusern reinspringt, vielleicht irgendwo noch was besonders, ne? Hm. Vielleicht. War hinter die eben meine. Ja, auch aufbauen wir zumindest sie auf jeden Fall aufnehmen. Hm. So. Ich glaub' da vorne frontal zum roten Haus schon hin. An die Warte links. Na, Tata, Problem gab? Meiner, meiner, meiner. Toll. Und ein Hunter, cool. Hohohohoho. Und ein Smoker, wieso nicht? Nee, nehmit. Willst du nicht? Und Granatwerk hab' ich doch genommen. Hör auf mich zu schützen. Geh' doch runter, Mensch. Krieg's kein Schaden dadurch, wenn ihr vorn aufs Vordergrund. Warte, wo sind die anderen beiden Knalltypen? Ja, du schaffst das jedes Mal. Ich weiß. Mir direkt in die Waffen zu rennen. Ja, schieß mal auf mich. Oh, mir macht jetzt das große Gebäude schon Angst. Ja, ich hab' Granatwärter dabei. Keine Sorge. Wie kann ein einzelner Zombie mich retten? Oh, guck mal, hier ist wieder so'n Scheißhaus. Weißt du, weil er das Scheißhaus sich erinnert? Ja. Jemanden zu retten. Ja, aber da ist ja jemand gestorben. Ja, ich weiß. Alter! Ging grad' das Ding hoch. Was? Da kam der, äh, Cha-Cha. Lade nach! Lade nach, wieder gleichzeitig. Guten Tag. Wow! Alter! Das war jetzt natürlich nicht mal. Erstmal in der Ecke stehen bleiben. Nick, bleib nach da oben. Na, lass mal da oben. Ruhig rumdichen. Tschüss, Nick. Let's go, 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 go. Äh, hier vorne sind Mollos und... Puma. Und da kam's, Tommy. Ja, er kam. Ja, sag ich, er kam. Hier hinten ist Ausgang. Ich nimm mal einen Kotz-Topf mit. Mach das. Warte mal, da hinten liegt noch irgendwas. Adrenalin-Schuss! Nein! Ich seh jetzt schon, was kommt. Ja, komm mal hierher nochmal. Was hast du denn da? Oh, geil. Warte mal, das ist... Hier unten sind auch noch... Na, die wollte ich grad noch nehmen. Ja, da waren auch noch welche. Egal, Adrenalin gekriegt. Reicht auch. Ich hab auch Adrenalin vor mir geschickt. Äh, hast du schon das von draußen gesehen? Ne. Ich guck hier erstmal rein noch. Ja. Ich guck grad einmal oben noch. Ach, du Scheiße. Guck grad, wie gesagt, oben, ob noch irgendwas hier ist. Ach, du verdammte Scheiße. Du weißt, was das ist, ne? Was das bedeutet? Das wäre wieder so eine Scheiß-Challenge. Da. Rufen sie... Ja, guck mal, was ich gefunden hab. Ja, und was denn? Ups. Ich bin hochgerannt und wieder runtergefallen. Guck mal, was ich... Hörst du das nicht? Ne. Ja, warte doch. Was hast du? Ich will das Machine Gun. Ja. Ich werde hier auf jeden Fall dran sitzen bleiben. Lass mich mal... Ich bleib hier oben. Ehrlich. Ja? Ja. Warte, dann würde ich sagen, einfach hier mittendrin noch so ein Ding da hinwerfen. Ja, wer ruft das Boot? Welches Boot? Hier sollen wir irgendwo ein Boot rufen. Ja, hinten weiter, ne? Ja, aber da muss einer wieder zurücklaufen. Nein, hier muss doch irgendwo ein Knopf sein. Ja, ne, hier oben wahrscheinlich nicht. Da hinten, da hinten, da hinten, ja. Wo? Willst du hinlaufen? Ja, man kommt ja auch so nicht runter, ne? Ne, muss doch... Ja, gehen einfach von innen. Von innen ging es schneller. Ja, muss ja auch. Und dann würde ich sagen, bleib ich eben hier. Und knall die Zombies gleich auf, wenn die dir in den Rücken fallen. Hm. Mach das. Okay, ich kann so schnell ab... Waffen sind alle bei mir nachgeladen. Hm. Hier sind Gewehre. Ja. Du hast ne Boomer-Kotze, ne? Ja. Zur Not, werf... Wenn die Boomer-Kotze irgendwann an bestimmten Punkten kommt, werf den, dann kann ich die auch von oben abknallen. Hallo. Hey, hallo! Habt ihr schon seit drei Tagen keine Mensch versehen, wie wir gesehen? Wo seid ihr denn? Achso, ich muss hierbleiben. Ich kann euch fast... Wir sind in einem Plantagenhaus. Alles klar, es ist eigentlich komplett... Verteil dich doch, ich den, siehste. Pass auf, da kommt was! Oh Scheiße, Vorsicht! Ach man, ey. Das war doch so klar. Links, 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 links. Da kommen alle hoch. Ja, lass mal... Wow! Oh, meine Waffe ist überhitzt, ist wahr Cool Ist ich dir im Ernst? Doch Machst du da unten? Ja Einfach hier unten sein, ne? Ja, meine Waffe ist überhitzt Oh Boah, ihr Viecher, ihr nervt Boah, Bombe Wie lange ist die denn überhitzt? Äh, will die mich veräppeln? Kann man den irgendwie Achso, toll, hätte ich mal vorher nicht mitgeschossen Was denn? Wenn die überhitzt ist sie unbrauchbar, auf einmal Oh, okay Das ist so eine komische Regel Oh, Michelle, sorry Das ist Wache Oh, Mann, ey Nice Warum einfach Waffe, warum einfach Waffe nachladen? Einfach eine neue Waffe ziehen Schneller Boah, wo ist er? Die Musik kann nicht nachladen Du musst dich mal heilen, ne? Wo? Kann nicht Wo, wo, wo? Ja Boah, ich kräfe ja auch noch nicht Toll Jetzt ist er tot Ja Warum nachladen, ne? Für neue Waffe Oh, heil dich mal Kann ich nicht, ich hab da nix Hab nur ein Death Achso, du wirst grad geheilt Ich nehm das Gewehr Hörst du das? Kommen die von vorne? Nee, glaub ich nicht Wow, scheiße Wo? Wo? Kommen sie? Vielleicht geht der Sound wieder los Da hinten Wo ist der? Oh, hinter uns Hinter uns Hinter uns Kommen sie doch Lade nach Lade nach Jockey 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 Danke Ich musste leider mal in die Menge schießen Sorry Du musstest, ja, du hast aber nur noch braucht Ich musste eben leider in die Menge schießen Sorry Ah ja, ist egal Ja, helf mir mal kurz Ich muss mich ganz schnell mal heilen Du heilst dich auch bestimmt an so geilen Stellen da Ja Hast du schon, hast du Granatwerfer? Ja Ich hab die doch ganz rein Ja, du hast ja alle schießt auch nicht Was ich jetzt die ganze Zeit mache? Hä? Ich nehm ja für ne neue Waffe, bevor ich die 10 Schuss nachlade Hey, hey, was sagt das? Boah ey, Hojel ist gleich tot Da, der da! Ah, die heilt sich aber Oh man, wie lange denn noch? Das geht durch und durch Kann sie nicht Hey, abpacken Was? 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 Ja, toll Scheiß Tank, echt Jetzt ist er tot Wie lustig, einfach, stellst dich hin Guckst du dir Waffe an Dann liest es nach Da kommt nur einer Hey, weiter schießen, schießen Da kommt noch einer Da kommt noch einer Ich geh wieder zu der Munitionsschutz Ich geh wieder zu der Munitionsschutz Hättung kurz es sah, geh ins zum Boot Ja, dann komm Hast du mir die Pack mitgenommen? Nein, ich hab keins Nein, ich will nicht sterben Dann kommt Was mach ich denn? Ich komm doch schon Lass den Tank einfach erstmal schnell Nein, lauf, Faulist Los zum Boot Oh, ich bin drauf Und schieß von hier noch Jawoll Na, geschafft Wow Kann das sein, dass wir immer nur einmal sterben? Ja Versumpf Okay Die Überleben konnten fliehen Ja, zum neunten Mal Ja Naja Ich will nicht für Überspringen stimmen 57 Minuten Einmal Neustart Wie immer Jeder ist nur einmal gestorben Cool Außer Gefecht Ich gar nicht Cool Wir beide sieben Verbandzeug Ja, weil wir auch immer genommen haben Schmerzen mit der 6 Verbrauchte Atmonellin-Schüsse 5 Defibrillation 1 Rohbomb 1 6 Monog 2 Meitermit Galle Ja, siebener Weißt du das nicht jetzt gleich? Hunter 6 Boomer 3 Smoker 1 Boroshell 9 Splitter Getötete Charger 4 Boah, guck mal, wir werden nicht gewöhnlich, wenn wir kaum getötet haben WTF Ich bin ganz schön weit unten überall Fuck Mal gucken wir gleich die Genauigkeit, ey Ich bin so bestimmt gleich im Keller Hm, boah 19% bei mir Kopfschüsse 8% Prozent aller Treffer 1.735 Zombies worden bei diesen Fehlproduktion verletzt Okay, war ja nix, würde ich mal sagen, 57 Minuten für 4 Level Überleg mal, wie schnell wir da durchgerasht sind diesmal Jo Leute und damit werden wir mal sagen Bis zum nächsten Mal bei Left 4 Dead 2 Ciao, ciao Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.